Lamy und der Loot Shop Gib mir Loot Ich besuche Lamy und dann spritzt das Blut Gib mir Loot Sehr viel Loot Lamys Loot Shop tut gut Lamy und der Loot Shop Was gibt es heute bloß? Lamy ist angewiesen auf Kunden Und auf muss Lamy muss mal groß Ich denke er muss klein Lamy pack mal zu Buzzer Sachen rein Lamy und der Loot Shop Gib mir Loot Ich besuche Lamy und dann spritzt das Blut Gib mir Loot Sehr viel Loot Gut Lamy's Loot Shop tut gut Gut Lamy pack mal zu Buzzer Sachen rein Dann kriegst du viel Geld Du Schwein Lamy und der Loot Shop Gib mir Loot Lamy und der Loot Shop Blut Ich besuche Lamy und dann spritzt das Blut 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 Gib mir Loot Gut Gut sehr viel Loot Gut Lamy und der Loot Shop tut gut Gut Untertitelung des ZDF, 2020